N.A. Jeliga ist ein estnischer Fußballspieler. Karriere Der Abwehrspieler Jeliga begann mit dem Fußball 1994 beim FC Flora Tollen, bevor er 2001 einen Profi-Vertrag bei Terwis Pernu erhielt. 2001 wechselte er zurück zum FC Flora Tollen, bevor er im gleichen Jahr noch zum FC Walgar Bauria wechselte. Nach zwei Jahren kam er zurück nach Tollen und gewann mit dem Verein den Meistertitel 2003 sowie 2003 und 2004 den estnischen Super Cup und wechselte 2007 zum Alsuns-FK. Von dort aus wurde er von 2009 bis 2010 an den italienischen Verein Ascoli Calciko verliehen. Zur Saison 2013 wechselte Zulia Zeska, bevor er zur Saison 2015 wieder zu seinem alten Klub FC Flora Tollen zurückkehrte. Jeliga durchlief im Laufe deiner Karriere bisher neben der U16 und der U19 auch die estnische U21-Nationalmannschaft, bevor er am 12. Oktober 2002 im Freundschaftsspiel gegen Neuseeland erstmals für die estnische Fußball-Nationalmannschaft auflief. Seitdem bestritt er 109 Spiele für sein Land. Erfolge FC Walgermeister Isseliga 2002 FC Flora Tollen ist nischer Meister 2003 Super Cup 2003 2004 Allesunds-FK-Norwegischer Pokalsieger 2009 2011 Privates Sein älterer Bruder Envoyeliga ist selbst aktiver Profi-Fußballspieler und war bereits ebenfalls im estnischen Nationalteam im Einsatz. www.forss-モat-FC Flora Tollen 2015 2015 2004 2015